Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 von Zaubertricks mit Würfeln. Diesmal machen wir ein Tutorial darüber. Als erstes muss euer Zuschauer zwei Zahlen würfeln, die ihr nicht sehen dürft. Dann muss er die eine Zahl verdoppeln. Dann muss er die Zahl plus 5 nehmen. Danach muss der Zuschauer die Zahl mal 5 nehmen. Wenn er das geschafft hat, muss er noch zum Schluss die zweite Zahl dazu rechnen. Dann muss er euch das Ergebnis sagen. Das Ergebnis müsst ihr, welches er hat, ist egal, mal minus 25 rechnen. Aber wenn sich der Zuschauer bei den Aufgaben verrechnet, klappt der Trick natürlich nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben.